Guten Tag, liebe Maklerinnen, liebe Makler, liebe Vertriebspartnerinnen, liebe Vertriebspartner. In extremstürmischen Zeiten von Regulatorik, Inflation, bei uns internen Herausforderungen, Kundenthemen, haben wir uns in den Kern des Sturms zurückgezogen. Dort ist es besonders ruhig und wir konnten in diesem Umfeld analysieren, was ist unser neues Ziel und wie wollen wir die Segel setzen. Die gute Botschaft, wir haben ein klares Bekenntnis zum Maklermarkt, das Ziel ist eindeutig und wir haben die Segel richtig gesetzt. Was bedeutet das für Sie? Wir haben eine schlagkräftige und hochqualifizierte Mannschaft im Außendienst wie im Innendienst. Wir haben unser Produktportfolio neu ausgerichtet und auf der Prozessseite gehen wir auch entsprechend nach vorne. Wir wollen zusammen mit Ihnen der digitalste Maklerversicherer in der Lebensversicherung werden. Insofern freuen wir uns auf eine nachhaltige gemeinsame Zukunft und die wollen wir gemeinsam mit Ihnen bestreiten. Claudia, wie sieht es denn in der Produktwelt und so aus? Ja, 65 Jahre erfolgreiches Wirken mit Ihnen gemeinsam im Maklermarkt sind eine tolle Historie. Das ist mit der Grund, warum wir klar sagen, wir möchten im Maklermarkt weiter erfolgreich sein, an diese Erfolgsgeschichte weiterhin anknüpfen. Wir sind schon gestartet mit einer neuen Berufsunfähigkeitsversicherung, die offensichtlich auch schon Anklang findet. Das wird der Weg nach vorne sein. Wir werden jetzt sukzessive auf Ihre Bedürfnisse in den Produkten Antworten finden, aber nicht nur Produkte sind entscheidend. Das wissen wir. Prozesse sind genauso entscheidend. Jens, du sagst es, was sind da konkret die Vorhaben? Wir werden gerade die BIPRO-Schnittstelle jetzt nochmal ausbauen für Non-TAA und TAA, damit wir auch barrierefrei miteinander kommunizieren können, sie optimal unterstützen können. Unser Ziel ist es, mit Ihnen gemeinsam für unsere Kunden und Kundinnen gemeinsam erfolgreich zu sein und an die Erfolge der Vergangenheit wieder anknüpfen zu können. Unbedingt. Und dazu brauchen wir Sie. Geben Sie uns den Wind in die Segel, damit wir auf dem Kurs nach vorne sehr zügig vorankommen und sowohl in der chancenorientierten Altersversorgung als auch in der Biometrie gemeinsam für Ihre Kundinnen und Kunden erfolgreich sein können. Wir haben unser Ohr am Markt bei Ihnen. Sie machen den Kurs mit uns gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns drauf. Wir freuen uns auf, nicht bis auf nächsten Kurs. Wir freuen uns auf den Kurs. Wir freuen uns auf uns. Wir freuen uns auf, nicht bis zum Kurs nach splits.